Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen heute eine Dragon Ball Z Charakter-Tierlist. Ja, ich habe ja von Harry Potter schon eine gemacht. Mal gucken, wie es mir mit den Dragon Ball Z Charakteren so gelingt. Und ich habe schon ewig kein Dragon Ball Z mehr geguckt. Außer das, was ich so nebenbei laufen lasse dann von Twitch auf Stumm, weil die Sprachen da nicht verständlich sind. Aber ist ja auch egal. Wir steigern uns direkt mal rein. Also wir fangen natürlich mit dem Pro an hier in Son Goku ganz klar. Obwohl, ich muss gucken, vielleicht switchen wir da nochmal ein bisschen was. Also Son Goku fand ich immer richtig nice. Also das kann mir auch keiner ausreden. Also für mich war Son Goku immer der perfekte Hauptcharakter. Aber wie gesagt, wir müssen uns jetzt hier auch mal ein bisschen beeilen. Wir nehmen mal Son Goku's Vater. Der ist auch schon cool. Aber wie gesagt, Son Goku ist da nicht zu toppen. Und der Vater von Son Goku ist halt auch ein bisschen böse. Aber er ist trotzdem auch eine coole Sau, glaube ich. Irgendwie so war das. So, auch eine coole Sau und auch böse ist diese Form hier von Boo. Das ist ja die Endform. Die fand ich auch ganz geil, muss ich sagen. Diese Formen haben mir nicht so zugesagt. Er hier war aber auch wieder ganz cool. Ihn würde ich da auch mit hinpacken. Der war auch irgendwie ganz süß gemacht. So, wen haben wir denn hier noch? Chi Chi war immer nervig. Ne, Chi Chi war immer nervig. Aber ist, ich weiß gar nicht. Also vom Nerv-Faktor müsste sie eigentlich hier unten stehen. Aber ja, man kann es immer noch so ein bisschen nachvollziehen. Weil sie ist halt die Mutter, ne. Also Son Goku wirkt ja hier und da auch mal ein bisschen hohl in der Birne, so sag ich mal. Und sie ist da schon ein bisschen smarter und cleverer. Äh, Bulma hingegen ist noch smarter und cleverer. Äh, die würde ich... Ja, komm, wir lassen die erstmal auf B. Weil C18 würde ich nämlich auch auf B setzen. Und C17 so auf C, weil der ist mir... C ist so ein bisschen, ist mir egal. So, ne. Also hier können wir vielleicht auch drauf eingehen. Äh, ich hab auch... Ich mach das jetzt auch nur noch aus der Erinnerung, wie ich sie so drinnen hab, ne. Also welche Charaktere mir so ein bisschen egal sind und welche ich ganz geil fand damals. Ey, er war doch auch ein Lappen. Also er war doch der, der von Boo und so. Ich glaub, er war noch so mit der, der am meisten Arschloch war. Er ist mir relativ egal. Ihn fand ich wieder ein bisschen, bisschen besser, würde ich sagen. So diese Form von Boo, ne. So, wen haben wir? Er ist auch mir so die Nummer hier. In einem okayen Bereich, sag ich mal. Dende, das ist... Ist das nicht beides Dende? Einmal der Junge und einmal der Erwachsene? Also, naja. Teenager Dende. Die würde ich auch beide ganz normal so abfrühstücken. So, Cells Form war die hier die beste für mich. Aber konnte nicht mit Boo's Form mithalten. Ne, und dann haben wir hier die Form. Die Form fand ich noch ein bisschen okayer als die Form. Die Form fand ich mir irgendwie lame. So, er hier ist lame. Wen haben wir noch so? Er ist witzig, ist aber auch eher so ein okayer Bereich. Was haben wir hier? Okay, okay. Ne, lassen wir erstmal noch. Gut, da ist von Gohan noch relativ quengelig. Deshalb würde ich ihn... So im Bereich von seiner Mutter lassen? Wie guckt ihr ihn so... Sie behält ihn im Auge. Oder? Ja, vielleicht auch hier. So richtig weiß ich es nicht. Das hier ist aber für mich die krasseste Form von Son Gohan. Also, da würde ich schon fast sagen, der hier. Weil das ist die Form, die mir am besten gefällt von Son Gohan. Ne, nicht die hier. Die ist ein bisschen... Naja, vielleicht noch in einem okayen Rahmen gewesen. Dann haben wir hier auch den Sire Man. Dann habe ich eine, die ich definitiv weiter unten setzen kann. Okay, und die Form ist noch ein bisschen cooler, wa? Also jedenfalls wirkt es so. Na, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier... Ist das nicht so... Gibt es da so einen krassen Unterschied? Das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. War das nicht alles die Buh-Saga hier? Weil bei Cell ist er ja der hier. Der muss ja bei Buh das hier sein, aber auch das hier noch. Das habe ich jetzt nicht so ganz auf dem Schirm. Ansonsten, hier wirkt er ein bisschen Dulli-mäßiger. Deshalb nehmen wir hier die... Oder dauert die Buh-Saga so lange? Ich habe das nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Also Freezas beste Form auf jeden Fall. Ein blödes Bild gewählt. Der Vater von Freeza ging mir auch total am Arsch vorbei. So, sage ich ganz ehrlich, so wie es ist. So, er war ganz okay hier. Lassen wir auch in einem okayen Rahmen. Ähm, Gott fand ich auch immer okay. Das ist Nile oder Neil oder wie er heißt, ne? Der ist schon fast... Der ist schon fast hier, aber... Der hat auch zu wenig Zeit gehabt, ne? Zumal Piccolo ja im Prinzip schon einen höher geht. Obwohl eigentlich müsste Piccolo dahin und dann Neil dahin. So, wen haben wir dann hier noch so schickes? Ich wollte gerade sagen, ich ist ja nochmals von Gohan, aber das ist ja... Yamchu kriegt auch nur ein Okay. Der tut mir immer echt leid, weil der ist so am meisten neben Shao Su. Die fallen so runter, die Charaktere, muss ich sagen. Weil nun Tension Hunt ist wenigstens so ein bisschen krass. Krillin auch. So, Yamchu fällt da immer irgendwie so hinten runter. Er hat ja nicht mal mehr Bulma gekriegt, so, weißt du? Hat er überhaupt noch eine Freundin nachher abbekommen? Ne, ne? Finde ich auch wieder ein bisschen schade für ihn, weil das mit Bulma hätte sich ja angeboten, aber Vegeta war halt ein bisschen krasser, ne? So, hier war doch eben der Sire-Man, so, der war richtig dumm. Der ist mir total auf den Sack gegangen, tut mir leid, aber der ist... Wiss ich nicht, der ist mir... Der fand ich ganz schlimm. Videl fand ich wieder süß. Die war hier, würde ich sagen, ne? Die passt doch hier super neben Songwan hin, oder? Die war schon ganz sweet. Oh, hier auch zwei Formen von Vegeta. Der erste Vegeta ist so in so einem okayen Bereich und der zweite... Oder warte mal, das muss ich mir hier nochmal gut angucken. Ne, Vegeta ist hier. Den ist so ungefähr. Obwohl der Tendenz hat, hier unten zu sein, aber vielleicht gibt es ja noch einen anderen Vegeta. Raditz? Raditz, laditz leider auch zu wenig Screentime. Deshalb auch erstmal nur okayer Bereich. Der Satan ist mir Anfang... Früher wäre der hier gewesen, weil der mir so auf den Sack gegangen ist. Aber mittlerweile muss ich auch sagen, würde ich ihn schon fast... In einem okayen Bereich, weil er auch manchmal lustig ist. Also man muss diesen Witz halt verstehen, ne? Eigentlich könnte man ihn schon fast ein bisschen höher setzen. Weil der Gag ist ganz witzig. Aber ich fand es immer so blöd, dass er die Lorbeeren bekommen hat, so, ne? So, ja, der Drache ist halt okay. Haben wir noch den anderen Drachen auch noch mit bei? Die Dinger sind auch nur so... Witzig nicht. Was willst du da? Die kannst du doch damit hinsetzen, weil sie schon ein bisschen lame sind. Ne? Aber Muton Roshi muss wieder ein bisschen höher. Er muss wieder hier so mitspielen. Krillin noch höher. Krillin muss noch höher. Krillin ist hier... Energiediskus, eine der geilsten Attacken, finde ich. Mag ich sehr. So, Tenshinhan hatte ich ja gesagt, wenn Yamchou da ist, dann muss Tenshinhan einen höher. Obwohl ich ganz früher mit Dragon Ball hätte ich gesagt, Yamchou ist cooler. Wir hatten ja auch so ein geiles Duell da. Rupo ist auch nur okay. Ich glaube, Rupo heißt er, ne? So, die Schildkröte auch eher so im okay Bereich. Wir haben halt auch wenig Screentime, ne? Ich wundere, dass ich hier so ein bisschen auch durchrushere, weil die Harry Potter-Aufnahme war schon echt lang. So. Ich muss sagen, ich fand Raditz ein bisschen cooler als Nappa. Obwohl ich auch nichts gegen Nappa habe. Im Prinzip hätten wir da noch eine Leiste ranhängen müssen, glaube ich. So. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Sagen wir mal Meister... Ne, warte mal. Kaioshin war das, ne? Der... Boah, da tue ich mir schon fast schwer, den hier oben reinzupacken. Aber wir brauchen noch Spielraum, weil ich ihn... Oder tauschen wir die? Weil er war auch schon ziemlich lustig. Die würde ich schon fast beide gleich packen. Meister Kaio und Kaioshin. Wie der geguckt hat, als Son Goku Cell auf seinen Planeten gebeamt hat, bevor der sich in die Luft gejagt hat. Das war so geil. Weil er dann auch auf einmal in den Himmel kam, wo er ja eigentlich schon war. Achso, okay. Dann, ja, ihn hier müssen wir dann auch auf dieser Höhe mit ihm... Weil die einfach zu egal waren, ne? Ich weiß nicht, ob das denn machen würde hier so... Irgendwie so nebeneinander. Er war schon noch ein bisschen cooler, glaube ich, als er. Dafür war er krasser. Schwierig. Die sind halt ein bisschen besser, als einfach nur die Drachen. Die Drachen sind halt relativ random, so. Also, was heißt random? Relativ egal. Er hier leider auch. Jan Chirubi? Oder so, hieß der so? Die Grille. War auch lustig, ne? Der Affe, wo ist ein Affe? Gibt's den hier nicht? Oder wir sehen gerade, ich sehe ihn nicht. Das hier ist doch... Lunch, ne? Lunch war immer... Ah... Sorry. Lunch auch nur hier. Wäre das die Gelbe gewesen? Also, blond? Ich weiß ja nicht, ob die für beide zählt. Da hätte ich sie wieder ein höher gesetzt. Aber Lunch wurde ja nachher auch so ein bisschen vergessen, glaube ich, ne? Was ist das hier? Ist das schon die Form von Vegeta und Sogoku zusammen? Weil er hat ja hier die Ohrringe. Ist das hier wie Ghetto oder Gogeta oder so? Habe ich gerade nicht so ganz auf dem Schirm. Aber wenn, dann auch nur da, glaube ich. Schade, dass Sogoku nicht nochmal als Super Saiyan hier einfach so als dreifache Super Saiyan oder so. Aber da gibt's noch mehr Dragon Ball Charakterlisten. Können wir auch nochmal durchgehen, ne? Hier wird's leider auch ein bisschen zu generisch. Der ist mir immer ein bisschen auf den Sack gegangen. Das ist doch so ein Goten und... Trunks, ne? Der war immer so überheblich. Das fand ich nicht so cool. Den mochte ich nicht so irgendwie. Ne, den mochte ich leider. Also da habe ich gerade auch nochmal so drüber nachgedacht. Er hier okay. Er auch okay. Obwohl Meister Quitte könnte man schon wieder... Könnte man schon fast wieder hier mit hinsetzen. Aber der war bei Dragon Ball, glaube ich, relevanter. Son Goten leider auch nur egal. So, wenn wir Son Gohan... Warte mal, ich muss jetzt hier selber erstmal durchgucken. Da haben wir Son Gohan einmal, da haben wir... Ja, dann leider auch nur Son Goten hier. Den fand ich immer ein bisschen lamer. Trunks... Sehr überheblich. Der ist mir schon ein bisschen zu überheblich in dieser Form. Aber der Trunks hier ist cool. Der ist wieder ein bisschen geiler. Das passt eigentlich ganz gut, glaube ich. Obwohl, wenn ich mir hier so die Triple A... Also die A-Liste so angucke. Das sind ja alles... Weiß ich nicht. Schwierig, ne? Also wenn man sich das so anguckt, ne? Also... Aber wie gesagt, so wie ich diese... Charaktere empfinde. Ne? Weil das sind ja hier alles drei. Wenn wir jetzt danach gehen würden, wer ist gut und wer ist böse, dann müssten die natürlich hier weit, weit unten sein. Aber ich fand so wie die Charaktere... Ihn könnte man da... Der hat Spielraum nach oben. Auf jeden Fall. Aber es ist halt auch schwierig, weil... Hier gibt's ja einige Leute als Super Saiyajin. Und guck mal, wie oft es Son Gohan gibt. So, den gibt's ja hier... Äh... Andauernd. Weißt du, unten ist er ja auch nochmal. So, und ähm... Das hätten sie bei Trunks auch machen müssen. So, als Super Saiyajin hätte ich noch... Nämlich nochmal ein bisschen höher gepackt. So, mit dem Schwert so. So. Boah. Hier. Die waren irgendwie so... Die waren mir egal, aber die mochte ich auch überhaupt nicht so wirklich. Da kannst du die hier gleich mit einreihen. Ihn hier und ihn hier, ne? Die waren halt auch zu wenig Screentime und so. Er ist okay. Mh... Er ist okay. Obwohl man ihn auch fast schon wieder tiefer setzen könnte. Aber wir brauchen noch ein bisschen Spielraum, weil er war, glaube ich, auch okay. Weil er lustig war auf irgendeine Art und Weise. Wie sie ihn nachher... Wie er so... Wie er sich beschwert, dass das alles so unfair ist. Zu Vegeta sagt er das, weil Vegeta so krass ist, ne? Und Vegeta sagt... Ne, ne. In einem Kampf wie diesen geht es immer nur darum, wer hier seine Birne behält oder sowas. Irgendwie so eine Nummer war das. Und dann hat er ihm die Birne abgeschlagen oder sowas. Irgendwie so eine Nummer. Also das war schon... Ganz witzig. Also sie ist auch nur okay. Ich glaube, bei Dragon Ball war sie nochmal ein bisschen interessanter. Er ist okay. Das sind alles so die generischen Charaktere hier. So, weißt du? Auch nicht viel Screentime. Ähm... Also jedenfalls habe ich den nicht mehr so wirklich in Erinnerung. Er war leider... Ich würde ihn fast hier reinsetzen. Weil er so ein Abklatsch von Muten Roshi war. In meinen Augen. So lustmolch-mäßig, weißt du? Ich würde ihn... Entweder hier oder hier. Ich lasse ihn einfach mal da. Er war auch egal. Auch... Ähm... Okay. Okay. Er hat zu wenig Screentime. Ähm... Er war ein bisschen cooler. Das waren doch die beiden Handlanger. Er war ein bisschen cooler als er. Aber er hat ja auch eine andere Form nachher. Und die ist ja nicht mehr so cool. Ja. Er war egal. Er war egal. Obwohl... Warte mal. Er war okay. Sie ist okay. Und... Hier brauchen wir ein bisschen Spielraum. Weil er war nämlich noch egaler als er. Und die beiden kannst du denn vielleicht auch hier so hinsetzen. Das muss ich nochmal durch... Durchstöbern hier kurz. Ob hier irgendwelche Charaktere sind. Ne, eigentlich müsste ich die fast tiefer setzen. Weil... Hier habe ich wenigstens so ein paar Charaktere dabei. Die... Die irgendwie noch ein bisschen... Was hatten. So. Weißt du? Die haben irgendwie noch ein bisschen Spaß gemacht. Also... Oder irgendwie... Ne? Da war irgendwie... An denen war irgendwie noch was. So. Wo man so sagen kann. Okay. Ganz nett zumindest. Oder irgendwie hier auch ein bisschen witzig gewesen. Oder so. Ne? Während die hier halt einfach Doodies waren. So. Sein Dings Körpertauschding mochte ich überhaupt nicht. Das fand ich ganz schlimm. So. Und er war mir zu arrogant. Und die hier waren auch einfach Doodies hier. Ja. Das hier. Damit konnte ich auch nicht wirklich was anfangen. Ist das nicht hier irgendwas mit Son Gohan oder so? Irgend so eine Form. Also jedenfalls vom Outfit her. Keine Ahnung. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ob er da... Er hat glaube ich Son Gohan absorbiert da. Oder irgendwie so ein Nummer. Die haben auch nachher ziemlich viel durcheinander gewürfelt. Fand ich. Okay. Das ist erstmal so die Liste. Die würde ich euch auch natürlich wie immer verlinken unten. Und dann ist das erstmal vorläufig diese Dragon Ball Z Charakterliste die ich hier habe. Ich zeige es nochmal ganz langsam. Also eh einfach... Die fand ich beide Dully mäßig und nervig. Also er war der Ober-Dully. Weil er... Ne. Der hatte doch auch bloß so einen komischen Move drauf. Und wenn der nicht mehr funktioniert hat. So ein bisschen wie er. Aber er war noch witzig. Weißt? Und das war einfach Käse mit dieser Sire-Man. Weiß ich nicht. Das ist so dieser asiatische Humor glaube ich. Habe ich mega abgefuckt. Fand ich richtig schlimm. So. Weißt? In die Kerbe schlägt der hier Mr. Satan. Wo ist denn der nochmal? Wo habe ich den jetzt hier gepackt? Hier irgendwo war der, ne? Der sagte da. Der hat mir auch überhaupt nicht in den Kram gepasst damals. Aber mit der Zeit merkst du so diesen Humor. Dass das einfach so ein überzeichneter Charakter ist und sowas. Der ist schon sehr Dully mäßig. Und dadurch auch irgendwie witzig. Und deshalb hat er seine Berechtigung schon da oben. Ja und Raditz. Ich weiß nicht. Den finde ich irgendwie cool. Bloß bei dem denke ich mir immer so lange Haare wie der hat. Wie sieht ein Super Saiyan 3 bei dem aus? Also das wäre mal interessant zu wissen. Auch viele Charaktere die halt zu wenig Screentime haben. Oder einem auch dann vielleicht schon fast ein bisschen egal sind. Oder, ne? Aber hier die sind halt wenigstens offen. Die nerven halt auch. Oder haben halt auch ein bisschen genervt. Die Charaktere, ne? Also man kann sagen. Feier ich mega ab. Feier ich ab. Finde ich immer noch sehr gut. Sind okay. In einem okayen Bereich sind er absolut okay, ne? Einige sind ein bisschen okayer, sag ich mal, als andere. Ne? Und, ähm... Hier sind halt ein paar Charaktere auch bei, die schon fast ein bisschen nervig sind. Ne? Oder zumindest in der Anfangsphase sehr nervig waren. Und das hier unten ist einfach Quatsch. Ne? Und dann, ähm... Ja. Ist das erstmal die Tierlist. Es soll ja weitere Tierlists geben. Das Format macht mir echt Spaß. Und irgendwann ist bestimmt auch wieder Dragon Ball oder Dragon Ball Z mit den Charakteren dabei. Aber an dieser Stelle werde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin, sag ich einfach mal, ciao.